Ich hatte schon immer irgendwie das Gefühl, dass Harns Blaster weniger Schaden mit der Scharfschützenfähigkeit macht, als wenn man normal mit dem Blaster schießen würde. Aus naher Entfernung macht Harn nämlich 80 Schaden bei einem Körpertreffer, also egal ob Torse oder Gliesmaßen, also Beine, Arme, getroffen worden sind und bei einem Kopfschuss das Doppelte, also 160 Schaden. Bei großer Entfernung verursacht sein Blaster nur noch 60 Schaden und bei einem Körpertreffer dann 110 Schaden. Die 60 Schaden bei einem Körpertreffer könnten dann also auch nur 55 Schaden sein, der Harn bei Kopfschüssen eigentlich das Doppelte verursacht und dementsprechend eigentlich 120 Schaden bei einem Kopftreffer machen müsste. Außerdem könnten die 55 Trefferpunkte dann auch einfach auf 60 bzw. den angezeigten 6 Schadenspunkten aufgerundet worden sein, weil es ja keine 5,5 Punkte gibt. Des Weiteren habe ich das Ganze nur in Arcade testen können. Nun aber zum Schaden der Scharfschützenfähigkeit. Bei geringer Entfernung haben wir bei einem Körpertreffer 65 bzw. 70 Schaden, also genau dasselbe ungenaue Spiel wie gerade und bei einem Headshot 130 Schaden. Bei weiterer Entfernung verringert sich der Schaden auf 40 bzw. 80 bei einem Körpertreffer. Die Werte zwischen normalen Blaster und bei aktivierter Scharfschützenfähigkeit liegen also schon recht weit auseinander. Palpatines Kettenblitz verursacht bei jedem getroffenen Ziel 120 Schaden und springt dann zum nächsten Ziel über, welches nah genug und in Reichweite steht. Dabei scheint es ein Maximum von 6 Zielen zu geben. Zwar sieht man nicht genau wie viele Ziele getroffen werden, aber da man 72 bzw. dann 720 Schaden gemacht hat, müssen 6 Ziele getroffen worden sein, obwohl theoretisch mehr Gegner zur Verfügung standen. Dieses Maximum kann übrigens noch mit einer Sternenkarte weiter angehoben werden. Um es kurz zu machen, ja, Palpatine hat einen Nahkampfangriff und sollte definitiv öfters gebraucht werden. Denn zum einen macht er anstatt den standardmäßigen 50 Schaden insgesamt 90 Schaden und zum anderen werden Palpatines Blitze uneffektiver, je näher man seinem Gegner kommt und treffen sogar teilweise gar nicht mehr. Deswegen ist es in so einer Situation viel einfacher und besser, zweimal diesen kleinen Blitz Nahkampfangriff zu benutzen. Insgesamt hat man drei Schläge mit der Vipo-Klinge zur Verfügung. Wenn man alle drei Schläge ausgeführt hat, muss man einen kleinen Cooldown abwarten und alle drei Schläge sind wieder aufgeladen. Verwendet man nur ein oder zwei Schläge, werden diese fast sofort aufgeladen. Hierbei machen die ersten zwei Schläge jeweils 68 Schaden, während der letzte Schlag sogar 88 Schaden macht, also sogar fast das Doppelte eines Standard-Nahkampfangriffs. Wer kennt es nicht, Boba Fett wird den heldenloses Schurken zum Ziel und rennt bzw. fliegt ständig weg. Dabei hat er auch kurzzeitig noch unbegrenzten Treibstoff zur Verfügung und insbesondere auf den Kashyyyk-Docks ist es extrem nervig, vor allem da Boba Fett einfach abkürzen kann und über die Doxen wegfliegen kann, während man sich als normaler Held an die Wege halten muss. Mit seinem normalen Treibstoffvorrat und seiner Fähigkeit, mit der er für kurze Zeit unbegrenzten Treibstoff erhält, schafft man es aber trotzdem nicht, einmal komplett um den großen Baum rumzufliegen, obwohl man rund 75% der Strecke schafft. Während sein Raketenfeuer eine Menge Schaden anrichten kann, solange man gut zielt, macht die Stoßrakete keinen Schaden. Keinen Schaden mit einem kleinen Radius, wenn man die Rakete neben einem Gegner einsteigen lässt, noch bei direkten Kontakt. Sie lässt den Gegner nur benommen und verwirrt zurück. Der Ionentorpedo visiert nur Geschütze oder Fahrzeuge an und keine Spieler. Dementsprechend muss ein Spieler in der Nähe zum Einschlagsort stehen, z.B. nahe einem AT-AT, ATS-D oder MTT. Oder das Geschütz muss so wenig Leben haben, dass es explodiert und die Explosion fügt dann den Gegnern Schaden zu. Also ein kleiner guter Trick, wenn man die schwere Klasse spielt und den Ionentorpedo ausgerüstet hat und dann in einem vollgepackten Gang einen Offizier mit seinem Geschütz findet. Während die meisten Schockfähigkeiten, wie beispielsweise von Palpatine, Lando oder Chewbacca, die Gegner nur unbeweglich machen, fügt Eidens Druide jedem getroffenen Spieler nicht nur einen Schock zu, sondern gleichzeitig auch noch 40 Schaden. Hört sich jetzt erstmal nicht nach viel an, aber es ist schon einige Male vorgekommen, dass ich als Held von ihrem Schock dann gestorben bin. Zudem fügt auch die Schockfalle vom neulich erschienenen Arc Trooper zusätzlichen Schaden zu, nämlich 50. Der Arc Trooper besitzt zwei DC-17 Blasterpistolen, die er unabhängig voneinander abfeuern kann. Dabei scheinen beide Blaster aber eine unterschiedliche Feuerrate zu haben. Während der rechte Blaster eine eher gemäßigte Feuerrate hat, schießt der linke Blaster fast doppelt so schnell. Und wenn man wirklich schnell auf die Taste für den linken Blaster drückt, schießt dieser sogar noch schneller als beispielsweise der CR-2 Blaster der Angriffsklasse, welche eigentlich schon die maximale Feuerrate im Spiel besitzt. Es scheint sich hierbei wahrscheinlich um einen Bug zu handeln. Vor allem wenn man beide Blaster genau gleichzeitig abfeuert, scheint es mal so, als ob beide gleich schnell schießen und mal so, dass der linke plötzlich schneller wird. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr solcher Test- und Ausprobiervideos sehen wollt, dann liked das Video oder schreibt direkt in die Kommentare, was ich als nächstes testen soll. Bis zum nächsten Mal.